Mein Name ist Jürgen Winkler, ich bin der CEO der Online-Printersgruppe hier in Neustadt an der Aisch. Wir sind ein Online-Druckunternehmen mit mehreren Produktionsstandorten in ganz Europa und wir produzieren Bahnen für unsere Kunden in rund 30 Ländern. Die digitale Sammelheftung ist für uns in Verbindung mit der InChat-Drucktechnologie das ideale Bindeglied zwischen dem Digitaldruck und dem Offset-Druck, um mittlere Auflagen ideal durch ungünstige Seitensprünge hintereinander wegzuproduzieren mit sehr geringen oder gar keinen Rüstzeiten. Aktuell produzieren wir auf unseren digitalen Sammelheftern Losgrößen zwischen 100 und 3000 Exemplare. Bei Auflagensprüngen acht Seiten gehen wir auch bis zu 5000 hoch. Sicherlich produzieren wir auch auf den digitalen Sammelheftern Auflagen mit Losgröße 1. In unserem normalen Produktsegment konzentrieren wir uns aber auf die mittleren Auflagen und nutzen da die idealen Technologien, sehr kurze Rüstzeiten, Jobs hintereinander wegzuproduzieren und vor allem auch die ungünstigen Seitensprünge sehr gut wegzuarbeiten. Ohne Connex wäre die Einführung der digitalen Sammelheftung bei uns nicht möglich gewesen in der sehr kurzen Zeit. Deswegen haben wir auf Connex sehr stark gebaut, haben uns mit Connex auseinandergesetzt. Connex liefert uns viele Vorteile. Es werden Schneidmarken, es werden Lesezeiten mitgegeben und Connex ist das führende System, steuert die Druckmaschinen, steuert die digitale Weiterverarbeitung und dadurch können wir eine sehr gute Batchbildung garantieren und können auch unsere Produkte hintereinander ordentlich abarbeiten. Durch die Bannerbroschüre können wir eine nahtlose Produktion gewährleisten. Auf der Bannerbroschüre können wir Informationen mitgeben zu dem Auftrag. Der Auftrag zeigt uns an der Auslage an, wann der Auftrag beginnt, wann der Auftrag zu Ende ist und gibt eben noch Informationen an die Mitarbeiter weiter, die wir mit reingeben, die wir mitgeben möchten, sodass der Mitarbeiter alle Informationen hat und wir on the fly alle Broschüren hintereinander wegproduzieren können. Durch die Jobreview-Anzeige an der Maschine merken wir eine deutliche Effizienzsteigerung durch unsere Maschinenbediener, weil wir alle Informationen an den Bildschirmen schon vorliegen haben und im Prinzip die Arbeitsvorbereitung sehr viel effizienter bewerkstelligen können. Sie sehen, was kommt auf Sie zu, was sind die nächsten Jobs. Sie können die Arbeitsvorbereitung für diese Jobs schon machen, während die Maschine noch mit einem anderen Job belegt ist. Die Mitarbeiter nutzen das, um Kartonagen vorzubereiten, um Verpackungen vorzubereiten, um die Versandetiketten vorzubereiten und dadurch ist ein sehr effizienter Arbeitsfluss an der Maschine möglich.